Es wäre gelaufen mit mir, ich fühlte dich nicht. Ach, nochmal Crewmate. Da hat sich jemand nicht gemutet und hat O gesagt. Felix, du bist nicht mute. Felix ist das. Was war denn jetzt? So, ich würde sagen, wir stimmen für Felix. Ich würde sagen, wir stimmen für Felix. Nein, ich habe wirklich gehabt. No joke. Was war jetzt? Die Task, alle zu töten, ne? Nein. Also, ich bin für Felix. Dann wollen wir mal das irgendwie doch nicht als Indiz für Kehn. Nicht gewöhnen, sondern A. Dieses O davor. Ey, ich habe gedacht... Ey, Leute. Ja, komm. Ich kipp auf. Ja. Ich kipp das Ganze jetzt. Ich kipp auf. Ja, mit dem... Aber... Ne, Felix... Ja, den habe ich jetzt nicht kapiert. Hast du irgendeinen Bug oder so? Bitte was? Ob ein Bug hast oder warum hat das... Das war jetzt einmal für einen Witz, okay? Mach das so wie ich letzten. Okay, verstehe. So, ich habe ihn gewählt. Ein Admin. Kaja bringt mich wieder um hier. Ich werde heute nicht mehr im Poster. Ich brauche hier noch einen Poster runter. Das ist so. Das ist so. Irgendwie, ich werde jetzt hier wieder... Da gibt es den Mage Quit. Und jetzt hier wieder als der Erste draufgehe. Ich bin mal nicht der Erste, der drauf geht. Das ist so. Ja. Felix ist weg. Ne. Ne. Wenn ich im Poster wäre, wärt ihr alle schon tot. Also, Lenny kann es auf jeden Fall nicht sein. Wer war rechts nochmal alles? Aber sowas von... Du wolltest mich und Kami Kicks ausspielen hier in der Navigation. Ich habe es genau gesehen. Ja. Ich wollte gucken, ob einer vielleicht jemanden tötet, so. Gesundheit. Herr Charlie, wo hast du die gefunden nochmal? Elektrical. Sie fährt die ganze Zeit rechts gerade. Ja. Ich bin auch mit Charlie rumgelaufen. Also, ich wollte gerade den Nettbill. Ich habe gerade Stan gemacht, da hat mich leider keiner gesehen, aber... Hm. Ich muss nur einmal kurz diesen Gedanken ausgesprochen haben, nur damit es später nicht wieder heißt, warum habe ich nichts gesagt. Anhand dieser Felix-Reaktionen vorhin gehe ich davon aus, dass wenn er Imposter ist, dass es irgendjemand ist, über den er sich halt einfach gefreut hat. Und da könnte ich mir einmal Joey vorstellen. Aber Joey... Nee, nee. Joey hat aber in dieser Runde offensichtlich... Ist halt nur auf der rechten Seite gewesen und dem bin ich gerade in Coms begegnet. Oder aber er hat sich über Charlie gefreut, weil die Runde mit Charlie gerade eben schon so gut war. Nee, da muss ich gegenhalten. Da muss ich gegenhalten. Ich war der... Oder? Ich war der Vote für Felix. Du musst selber sein, Lenny. Hä? Der Vote von Felix kam von mir. Aber Lenny hat mit mir Electrical gefixt, das macht gar keinen Sinn. Ja. Ich bin schuldig. Der Vote von... Der Vote bei Felix kam von mir, den... Ich wollte da noch skippen, aber dann war es schon zu spät, da habe ich schon... Der Vote von Felix kam von mir, falls das irgendwie da eine Rolle spielt. Aber ja, wie Lenny schon meinte, er hat mich gerade dabei erwischt, wie ich meinen Download gemacht habe und dabei diebisch meinen Schnurrbart gezwirbelt habe. Ja. So ein Kinnbärtchen ist dafür ganz leid. Nein, mein Schnurrbart, alter. Ich kann nicht beides machen, aber Schnurrbart macht mir Spaß. Also skipp jetzt, oder? Ja. Ja, ja. Gibt's ja irgendwelche... Gibt's ja irgendwelche... Ich kann erstmal skippen, Mann. Ich kann wie gesagt nur sagen, dass Kami und Gysi der König wurden. Von Joey gehe ich da auch nicht aus. Das ist jetzt eigentlich irgendwie nicht so richtig hingegangen, to be honest. Ich find's gut, dass du von mich Voters... Ich will auch meinen Bart zwirbeln. Und Bissgekränke und auch und alles, was Männer sollen machen. Ja. 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 Ich bin hier drin... Bin ich jetzt der Zweit, oder was? Jetzt aber alles ist. Da kommen ja nie. Ojojoj. Ein Imposter ist Ultra. Dann bin ich allegiance der Dritte. Weil ich weiß, was funktioniert hier. Zumals der Dritte. Ich hab also etwas zu erzählen. Nicht der 1. Weihnachten. Ich habe Weiß gefunden, Zwerghi, der hat ja nicht lange durchgehalten. Es ist, es ist, es ist, es ist, ich bin fertig mit der Welt hier. Tschau. Ich werde auch nicht mehr ein Postarieren. Und diese jemand? Das war ich, ja. Aber Charly. Charly? Achso, Apper Engine. Die Leiche liegt in Apper Engine, ja. Die liegt direkt an diesem, was ist denn das, Align Output? Felix, dann möchte ich noch eine zweite Geschichte erzählen, die sehr gut an deine anknüpft. Ich bin gerade, nachdem ich mit Kami den unteren O2 gefixt habe, zum rechten O2 gelaufen. Da kam mir vom O2 weglaufen ein Ultra entgegen. Ich bin auf dem Weg zum O2 gelaufen, habe dann gemerkt, fuck, der rechts liegt ja eine Leiche, wollte dann gerade zur Leiche laufen und dann kam der Report von Felix. Sorry, aber darf ich vielleicht mal ganz kurz was zu meiner Verteidigung sagen? Aber das macht gar keinen Sinn, weil... Denn, hallo, nee, Moment, stopp. Ich will erstmal was zu meiner Verteidigung sagen, denn ich kam sie gar nicht von Apper Engine. Vor allem so ist jetzt. Äh, deswegen verstehe ich das jetzt auch einfach nicht. Äh, also, die Story ist halt einfach gerade... Also, ich würde auch mal gerne mal was aus dem Hinter zu ziehen, Charly, du bist aus Upper Engine gekommen. Hier, du bist auch zu meiner Verteidigung. Darf ich mal mal was zu meiner Verteidigung? Und zwar bin ich bei O2 gewesen. Wartet mal. Seid ihr sicher, dass die Leiche da war? Weil, Caleb kam mir vor 10 Sekunden noch entgegen bei Coms, deswegen. Ja, aber ich wollte auch mal was zu meiner Verteidigung sagen. Caleb, bist doch gestorben. Nein, Caleb. Wir reden jetzt. Das sind zwei Tote. Lüfte ich vielleicht mal was sagen? Eine Leiche liegt rechts. Werde ich gerade beschuldigt? Nein, Charly wird beschuldigt. Nein, der andere hat mich beschuldigt. Nein, Charly, weißt du das gerade ernst? Die Poster will ich auch nicht mehr. Also, ich verstehe halt nicht, warum du das jetzt random machst, so. Ich bin gerade aus Metroid rausgelaufen, du kamst von Linus. Nein, 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 nein. Es geht doch gerade nicht um dich Ultra, es geht gerade um Charly. Ja, aber das stimmt jetzt auch nicht, weil ich bin von O2 hochgelaufen, das ist mir entgegengekommen. Äh, Joey... Oh mein Gott, ihr seid ja so ne Oberimpostor. Und äh... Char... äh, Smart. Nein! Ey Leute, ihr müsst mich genau um, ich bin jetzt in der Unterzahl. Charly ist Safecoin nicht bei mir gewesen. Charly ist Safecoin nicht bei mir gewesen. Ich bin halt, ich bin halt oben links in der Cafeteria so. Und ich hab... Ja genau, das hab ich... Sie hast die Karte in Richtung Weapons da gelaufen. Das stimmt nicht! Naja, die Richtung Weapons sind... War das denn Joey? Joey und ich waren zusammen in Admin und wir sind dann zusammen zur O2 gelaufen. Richtig! Ich hab halt... Ich hab leider... Ich habe weder Ultra noch Joey noch keine Ahnung wen gesehen. Äh... Aber es ist halt einfach gelogen von Felix. Nein! Ich werde gleich mit ihm machen. Ich wollte auch noch was sagen. Sad Schicksal hier. Ja... Ah, es ist hier wirklich... Und ich bin extra nicht in der Elektrikgrill gegangen. Weil ich dachte, hier sterbe ich noch. Ah, es ist... Ultra, jetzt du! Nee, ich hab... Ich bin grün. Ich hab das Redexceptor... Ich habe gedrückt. Ich möchte meine Story nochmal sehen. Dann darf sich Ultra... Äh... Gemäß des Gesetzes verteidigen. Ähm... Wie gesagt, ähm... Ich bin nach rechts gelaufen. Nachdem ich mit Kami das untere O2 gefixt hab, äh... Er kam mir auf knapp unter Höhe Weapons entgegen vom rechten O2, das nicht gefixt war. Ähm... Und ich hab im Gang auf der rechten Seite dann eine Leiche liegen sehen. Ähm... Er hat's nicht reportet. Ich wär grade zur Leiche gelaufen. Dann kam der Report von Felix rein. Äh... Ultra hat behauptet, er hätte Charlie mit mich auf der Seite gesehen. Hat er nicht, weil... Das waren drei Leute. Weil... Das waren drei Leute. Das waren drei Leute. Jetzt noch nur ein Poster und damit wir nicht zusammen... Weil Kami nicht das untere O2 zusammen gefixt hat. Das war ja, ey. Das war ja, ey. Die war... Hat doch grad gesagt, die war oben links. Das war links der Poster. Ja, genau. Wie bist du... Wie bist du auf der linken Seite Cafeteria stehen? Wenn sie... Wenn sie links... Charlie hat gesagt, sie war links in Cafeteria. Wie willst du sie denn dann von Weapons aus sehen? Kann ja gar nicht sein. Hat sie aber... Dann hab ich mich einfach verguckt. Okay. Dann war... Es waren Kami und ich die rübergelaufen sind. Okay. Dann war's von der Leiche. Und einem ungefixten O2. Der es noch sieben Sekunden hatte oder so. Ja, darum hab ich geguckt, ob noch irgendein anderer kommt. Außer ich. Aber wenn ich die rübergeln dann... Ja, aber mach doch einfach den O2 und guck mich... Oder reporte die Leiche denn? Ja. Ufi Zeit war dann doch noch. Nein. Also versteh ich das gerade richtig, dass der Satzpunkt ist, dass er eine Leiche nicht reported hat und dass er O2 nicht gefixt hat. Wer denn? Er hat von O2 weggelaufen. Er ist von O2 weggelaufen. Er ist von O2 weggelaufen. Ja und Ultra hat halt gelogen mit Charlie. Der hat sie gedeckt. Ja. Alter, ich bin so dermaßen gespannt. Ich komm gar nicht mehr mit. Also ich... Ich bin jetzt auch echt gespannt, aber es ist... Ich weiß nicht, wer jetzt weiß, wo Impostar ist und... Es ist einfach doch Felix und Charm... Ich hab auch vergessen, wer mich um ihn geworfen hat. Ich hab auch vergessen, wer mich um ihn geworfen hat. Felix und Kami. Ziemlich bitter, das Ultras. Safe, Nanny. Ziemlich. Ultras. Was labert man denn? O3, Alter. Felix. Was für ne Reaktion von dir? Das ist eine Aussage gegen Aussage gewesen. Entweder wir beides gewesen oder die beiden. Aber so war das einfach geil. Das war so ein Möden-Laberzeug. Kein... Nichts gegen dich persönlich. Aber... WTF? Ja, du hättest einfach mitspielen müssen. Dann hättest du sagen, ja, ich war da. Das ist ja... Das ist ja... Der hat komplett... Ne, weil... Es war halt... Es war drei gegen zwei, Ultra. Das war das Problem. Drei Leute gegen zwei. Du konntest es halt nicht auf zwei andere schieben. Lenni, jetzt noch ne Runde zu zweit. Imposter. Ich und Lenni, Imposter und die Köpfe rollen. Ich war jetzt... Schlau. Kein Kopf ist aber ganz schön geholzt. Ja, ich bin fertig mit der Welt. Zweite, Zweite, oder? Oder dritte? Das ist die Zweite gewesen, ja. Dritte? Ich brauche noch ne Imposter-Runde. Ich weiß nicht. Ja, ich mache jetzt noch eine und dann gucke ich mal, ob ich danach noch Bock habe. Aber es ist auch schon wieder halb drei.